Was mir wichtig ist? Echte Kundenbeziehungen ermöglichen. Gute Kundenbeziehungen basieren auf Kommunikation und Vertrauen. Und das Gleiche gilt auch für unser Team. Viele unserer Projekte sind ebenso Treffpunkte für den Gedankenaustausch wie unsere Büros und Produktionsstätten. Bauprojekte erfordern Teamwork und sind nur dann erfolgreich, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Wir sind einer der weltweiten Know-how-Führer in der Betonfertigteilbranche. Und haben über 100 Jahre Erfahrung. Oberndorfer.at slash Karriere. Werden Sie Teil unseres Erfolgs.